Seit meinem Einstieg in die Politik 2007 beschäftigt mich das Thema flächendeckende Breitbandversorgung. Mir ist es wichtig, im Landkreis Regensburg möglichst bald eine flächendeckende Breitbandversorgung anbieten zu können, denn nur diese ist Grundlage für Betriebe, die sich hier ansiedeln wollen, um Arbeitsplätze bei unserem Landkreis weiterhin zu garantieren und natürlich nicht zuletzt auch für eine gute Lebensqualität.